Und wir gehen zu den Eiligen Reihen. Das ist der Blatt, an dem ich die Meistigkeit meines Lebens zurecht habe. Deswegen ein wunderschöner Schritt von BWS, weil man muss ja bequem sitzen. Hier die kleinen Sensoren, die das Arbeiterleben schöner machen. Und es ist schon wichtig, dass man sich die Werkzeuge, die man genutzt, auch gangbar hält. Und einfach das Optimale für sich selber rauskommt. Weil jeder arbeitet anders. Und es ist einfach so, dass der Rolf ZB nicht mit meinen Werkzeugen arbeiten kann. So hat jeder meine Eigenheiten und wir suchen jeder seine Kohlensatz an, Spitz und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ansonsten soll ich sagen, dass du sagst, dass du sagst, dass du sagst, dass du dich sagst.